38 t ja halt wir sind nichts mehr kannon raus weg wir mussten vorwärtsgang weg fahren so machen wir keine mitte oder halt mal an halt mal an ich kann probieren das ding zu reparieren ja jetzt muss ich ja beweilen hat er dich erwischt ja und wir sind tot ein panzer voraus ich höre ihn da ist wieder der 38c in diese Richtung Feintinfadry auch er hat sein Motor gedrosselt da ist der Rauch vom Motor warte ich weiß nicht in welche Richtung der fährt ab den Schaspio Panzer 3 auf Marke kommt langsam vorgefahren auf Marke, genau auf Marke da ist ein Bomfer, genau auf Marke der kommt jetzt genau auf die Tür genau schöner Hit steht der da noch? ja hier genau Hit Motor ist raus Hit ist ausgeschaltet vorwärts Marsch du kannst ruhig wegfahren sonst hat sie Ketten zerrissen deswegen soll die wegfahren deswegen soll die wegfahren kann gut sein, dass das wär mal ein Tier an was ran machen beide Ketten sind raus Getriebe ist raus Motor ist raus Wanne ist gelb ich glaub die haben sich alle selbst gesprengt wir haben nur zwei Zentimeter südlich vom Punkt keine akkuraten Marke oh das war knapp Aua Banaten ja da fliegen noch mehr ja die kommen aus dem Wald Aua Banaten Feinde Nerf Schatz AT ist tot Schatz ist auch tot du kannst auf mir ein Rallye setzen ich bin Funker du kannst auf mir ein Rallye setzen Das ist ein Rallye alles ich bin auf mich das ist das ist die 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 Zum Marker, da hab ich schon noch abgesetzt Hat ihn erwischt? Zwei Zentimeter Wo ist er? Wir bringen uns in den Wald Hat mich erwischt Ja Sie sieht uns nicht mehr, sie schießt blind Irgendwo da oben musste die sein Okay, kann ich grad nicht erreichen Ja, fahrt da nicht hin, die Rep ist vor euch rechts, ich respawn in 10 Sekunden Links nehmen wir uns in der MP40 Hinter uns, wir reparieren den 66 Hoffe der Sitter hat die auch, gell? Sehr gut Nerdlich ist immer noch der Atela an der Straße, der muss sich grad verbinden, Achtung Hier ist Info drüben, hier rum Ja Die, bauen die Reparatur ab Panzer, Panzer südlich Panzer, Panzer südlich Panzer Marke ist ein, Panzer Linke Kette wurde rein gezogen Panzer kommt hier, direkt bei mir, auf euch zu, bei der Marke Schön, Hit Hit Ist raus, Panzer auf hier ausgestallt Ah, wir brennen aus, wir brennen aus, wir brennen aus Ja, gesät, gesät Hier ist alles von mir, die Infosierter Oh, die sind gleich hinter uns Ja Fährt nach links weg, vielleicht sehen sie uns nicht Nee, der kommt, der kommt über die Straße, ist ein KT Der kommt über die Straße Ja, ich seh Wenn du ihm einen geben kannst, an die Seite, ne Genauso stick Oder, hinter der Tour Er hat uns noch nicht gesehen Mach den Motor an Ich weiß nicht, wo wir sind Er zieht uns jetzt Oh Ja, Karsten Du musst ihn jetzt nicht runden Turm nach rechts Ach Er fährt rückwärts Er dreht immer mit Er hat aber noch nicht zurück geschossen Ich glaub seine Kanonbeschädung Ja, mach mal langsam Fahr mal ruhig Ein normalen neben dem Ich hau dem in die Seite Spam nicht so viel unnötige Schüsse Gib ihm einen einfach in die Kette Und gut ist Er schießt ja gar nicht zurück Er schießt ja gar nicht Er schießt ja gar nicht Er schießt ja gar nicht Es gibt auch einen Fall Zwei Zwei von die Meter Rechts schwenken. Die Flakke ist da unten. Da unten. Pass auf, der rammt uns jetzt. Der versucht sich zu reparieren. Er hat beide Ketten raus, jetzt ist es einfach zu spüren. Ja wunderbar, sehr schön. Okay. Punkt ist verloren, fahrt nach Norden. Habt ihr die zweiten Kilometer gekriegt? Ne, ne? Ich hab einen Treffer gelandet. Aber mit APC. Ist weggefangen. AP rechts. Turm ist raus. Fahrt weiter. Wollte gleich oben auf den Repp setzen. Verschossen. Fuchs ist schön ausgewichen.